Niko Hischer, es wäre Freitag, Mittag. Das letzte Training ist vorbei, einen Tag vor deinem ersten NHL-Spiel. Wie ist die Gefühlslage? Ich fühle mich gut. Der Vorfeld ist ganz sicher da. Ich bin gespannt auf morgen, aber ich fühle mich gut. Mit welchen Gefühlen gehst du in diesem Spiel? Ist es Respekt? Ist es Freude? Was überwiegt? Am Anfang bist du sicher nervös, aber ich glaube, eine gewisse Nervosität ist nicht schlecht. Aber nach dem ersten Shift ist sie sicher weg. Und dann machen wir einfach möglichst viel Spass an uns und wird sicher super. Es heisst, dass 30-40% der Spiele im Ernstkampf intensiver sind als in der Vorbereitung. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, einfach ... Ja, ich meine, ich trainiere eh auch mit einem vollen NHL-Line-up. Und ich glaube, da kannst du dich gut vorbereiten in den Trainings. Und das Spiel wird immer intensiver und es wird sicher noch intensiver als die Preseason. Aber ich glaube, das ganze Team hilft dir damit und das ist schon gut. Ja. Du bist ja mit gewissen Erwartungen hierher gekommen. Was ist dir positiv aufgefallen? Oder was hat dich bedrückt? Was ist überraschend? Wie meinst du die Frage? Du bist ja mit Erwartungen hierher gekommen. Und hat sich das einigermassen so entwickelt, wie du das erwartet hast? Oder was hat dich positiv überrascht? Nein, also ehrlich gesagt bin ich eigentlich mit weniger Erwartungen hierher gekommen. Ich wollte mich einfach wirklich auf das Hockey konzentrieren und so spielen, wie ich kann spielen. Und ich glaube, das hat es dann gemacht und hat dem Team so helfen können und ich versuche, das einfach so weiterzumachen. So wie es aussieht, wirst du mit Markus Johansson und Drew Stafford spielen. Johansson links, Stafford rechts. Kannst du dir die zwei einig vorstellen? Was sind das für die Typen Spieler? Ja, also der Markus ist sicher ein sehr guter Spielmacher. Also der sieht sich sehr gut und ganz sicher beide sehr gute Spieler. Und Stafford ist schon einer der, der vor das Goal geht und ein gutes Banderspiel hat und ein sehr guter Schuss. Und ich glaube auch, wir haben in der Pre-Season schon zusammengespielt und es ist recht gut gegangen. Und ja, ich würde beide ein sehr guter Spieler und ich freue mich, mit ihnen zu spielen. Wie sieht es jetzt noch einen Tag bis zum ersten Spiel, wie sieht der Fahrplan uns heute und morgen? Ja, heute kommen meine Eltern. Da sehe ich sicher einmal noch ein bisschen abschalten, ein bisschen relaxen und noch ein paar Matchvorbereitungen für morgen. Wann fährt die Vorbereitung für das NHL-Spiel an? Wann ist man im Stadion? Ja, weil das Spiel morgen am 2 ist, haben wir kein Morning Skate. Das heißt, man ist, glaube ich, so um die halbe zwölf im Stadion. Und dann gibt es normale Routinen, die du so vor dem Spiel machst. Und ja, einfach normale Vorbereitung. Was darfst du nicht vergessen? Wie ein Mensch von Vorbereitung? Oder wie ist das? Ja. Ja, sicher meine Stecken. Ich isoliere mich immer von jedem Spiel. Hast du ein spezielles Ritual vor dem Spiel? Ähm... Nicht unbedingt. Aber ich glaube, was ich immer mache, ich mache mir den Rechtsschlitschen zuerst auf der Formulierung. Hast du einen tollen Mann? Ja. Ich habe einen. Ja. Kann man darüber etwas sagen? Ja. Ich habe mich eigentlich schon zu Helifex begleitet. Und den habe ich immer im Portemonnaie. Kann man sagen, was es ist? Nein. Ja, einfach ein Glücksbring für mich. Es ist einfach ein Glücksbring für mich. Und ja. Ja. Was muss passieren, dass Nico Hischer am Samstagabend zufrieden ist? Ähm... Wir müssen das Spiel gewinnen. Merci. Viel Glück. Merci. Tschüss.